Neben mir steht Marco von Auster Region. Hi! Unser Hauptprodukt ist die Wilder Auster aus der Nordsee. Was macht die Auster aus? Sie wird handgesammelt in der Nordsee von Luka und FischerInnen. Und sie zeichnet sich aus durch eine extrem unvergleichbare Frische und eine sehr lange Haltbarkeit. Wie macht man so ein Ding gefahrlos auf? Ihr legt die Auster so ins Küchenhandtuch rein. Und dann geht ihr nicht von unten vom Scharnier aus rein, sondern von der Seite hier oben. Jetzt seht ihr, ich bin schon drin. Ganz sachte, immer zu schaukeln. Jetzt macht ihr oben scharfen Schnitt. Reiner Meeresgeruch. Scharfen Schnitt von unten machen und dann könnt ihr die Auster im Mund gleiten lassen. Die Auster lasse ich im Mund gleiten heute mit einem Klassiker. Und dann Chablis, einer meiner absoluten Klassiker zur Auster. Eine schöne Säure, eine schöne Frische und Auster soll ja den Eigengeschmack behalten. Genau. Top, dann würde ich sagen. Cheers. Geil. Der Wein wird süß, die Auster nussig und ich bin glücklich.